Die Superstars der Klassik, Anna Netrebko und Josef Elvazov, werden bei ihrem Konzert am 13. September im Gerry-Wieber-Stadion in Halle vom Orchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz begleitet. Die Deutsche Staatsphilharmonie ist das größte und bedeutendste Orchester des Bundeslandes, hat eine besonders vielseitige musikalische Bandbreite und feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. 2015 wurde das mehrfach preisgekrönte Ausnahmeorchester als Orchester des Jahres mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. Wir verlosen für Sie zwei Karten für ein unvergessliches Konzert und einen besonderen Leckerbissen der Klassik. Am 13. September im Gerry-Wieber-Stadion. Anna Netrebko, Josef Elvazov und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.